Herzlich Willkommen zurück zu Tales of Hyrule. Ich muss mich entschuldigen, im letzten Part Nr. 26 hatte ich vergessen das Mikrofon einzuschalten. Aber man konnte ja von den ganzen Informationsboxen hier und unten manchmal auftauchen, in aller Ruhe leben, ohne meinen Quatsch und der schönen Sekundenmusik lauschen. Wollte jetzt nicht passieren, ich hab diesmal wieder das Mikrofon eingeschaltet. Sollte eingeschaltet sein. Wenn das Zeug ist auch nicht, dass es eingeschaltet ist. Okay. Gut. Im letzten Part haben wir mit Nikla zwei von ihren Targetsabgaben gemacht und haben dann direkt angefangen die Quests zu erledigen. Wir saßen einfach mit Drohnen und dann sind wir hier und dann sind wir aufgegangen. Ein, beziehungsweise ein Stadtplatz, wo es übel stinkt. Und dieser junge Mann hier, der hat uns erzählt, dass es angeblich um Stinkekäse geht, der in der Hafenanlage ist. Also gehen wir mal zur Hafenanlage. Schauen wir uns mal an, was dort los ist. Und ob den Schiff vorliegen. Die Wache weiß auch. Wer ist der? Hieronymus. Hier ist auch ein Charakter aus, ähm, Elders große Problem. Hieronymus 6. Da gibt es auch eine Quest. Die können wir vielleicht auch machen in die Forms. Ja. Aber diese Quest startet ja automatisch. Wenn man... Ich weiß nicht. Wenn man da im Elfen bezählt ist. Ist egal. Das Problem ist dann ein anderes Let's Play. Was ich auch gerne anschauen dürfte. So. Als begabte Mitner, äh, als Mitner durch die Stadt ging, bemerkte sie, dass die Leute sie selbst dann ansahen und fürsterten, dass die Stadtschreierschaft sie in Verhof bringe. Das muss mehr untersucht werden. Was? Ihr lässt die Hübschen mit, ne? Äh. Hey. Was ist das hier? Was ist das hier? Was? Äh. Gucken wir uns erstmal um den Käse. Wir sind erstmal hier angekommen. Ähm. Ähm. So. An Bord des Steffes gehen. Kicken Käse vom Chefbollen. So. Na ja. Dann tu das bitte. Hm. Mitner stolperte aus dem Schiff und schnappte eine frische Luft. Als ihre Seekraft langsam zurückkehrte. Jiii. So sollstück, dass man kaum was sehen kann. Rollte eine einzelne Träne ihre Wagen herunter. Als sie erkannte, dass ein weiterer Versuch nötig war, um an Käse zu gelangen. I. Also. Meuse drauf schicken, oder was? Noch einmal. Ne. Wir kümmern uns erstmal um die Stadtsteuerin, würde ich sagen. Oder komm. Wir gehen nochmal auf das Schiff und dann. Oh mein Gott. Vielleicht klappt es ja jetzt. Na? M-hm. M-hm. Wann? M-hm. Mitner Kerze unbescheidet aus dem giftigen Käsegestang... aus dem giftigen Käse... Käsegestang getränkten Chefs Bauch zurück. Ich will mit Link reden. Ja? Wo ist Link? Scheiße, wir müssen Link annehmen. Ordentliche Rüstung holen. Die beiden sollen ja auch Freunde werden. Das können wir ja jetzt machen. Der ist ja noch noch ekelhafter als dieser widerliche Buschfried. Wenn ich jemanden dazu überreden kann, den Käse festzuhalten, kann ich ihn mit einem magischen Pfeil in die Luft jagen und bin ihn für immer los. So, ich will das machen. Dann kann er die Stadt auch einfach die Link angreifen. Link. 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 Nein. Link gewinnen. Link gewinnen. Schöne Wache. Kann man nicht irgendwas machen? Ich bin irgendwie mit einem Hexen oder so. Nein. Ja, nein. Das ist so schade. Link. Link. Oh Oh Mit Narben. Das ist auch schön. Nichts auch wiedersehen. Aussehen schlittert. Oh. Na ja. Hau sein dann. Etna. Versuch. Nein. Hm. 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 Finde, finde, finde. Okay. 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 Fuck. Bitte, bitte, freunde, 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 freunde. So und mit Narben hat jetzt freunde, klar. Ja. 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 No. Ja. Wollen wir mit ihm reden oder was? Ah schön, es wird nur eine Minute dauern. Gute Freunde, cool. Magischer Pfeil, wie machen wir einen magischen Pfeil? Okay, wir machen noch etwas. dann geht es jetzt hier aufräumen das machen wir das nächste mal ich weiß jetzt nicht wie das geht und jetzt erst mal um die Stadtsteuer aber ich muss noch ausreden gucken wie man die magischen teilen macht ja 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 Du bist nicht die Kollege Jean Ward. Du eindringen, du eindringen. Ich werde erst Ruhe geben, wenn du wegen Betrugs aus dem Königreich verkriegen wolltest. Ihr sollt mit einer Stahlstreuerin Felicia Zorro dazu bringen, um mit aufzuhören, um die Autorität zu untergraben. Ich werde die Lage mit Ruhe bestachten Worten beruhigen. Ich werde diesen Schwachkopf zur Unterwerbung zwingen. Mit einer... Mit einer war eigentlich immer gut gewesen. Das ist ja nicht Ganon. Ganon wird ja in dem Fall... Dann... Mit einer ist ja gut. Komm mal anfreunden, okay. Mit der alten Anfreunden, okay. Also... Blupblupbrp, ich habe mir das nicht... Oh... Flupblupbrp, ich habe das nicht gesehen. Ah... Ja. Ingel auch mal rein. Ingel. Leibst du, bleibst hier. Sag. Sag. Park! 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 Du bist noch ein Mann! Hallo! Den bekommst du schon um schlau zu werden. Hahaha. Das ist böse. Hidna. Also... Drehst du über deinen besten Freundin? Komm mal hin. Komm. Ich erkenne Löffelverantwortlich Handelst. Ich werde allen erzählen, dass es keinen Grund zur Sache gibt, während du an der Macht bist. Dankeschön. Komm, komm. Abends. Echt da ist doch nicht. Ah, und mit einer ist Müller. Uuuuh, was haben wir die Fremden? Einmal kurz eine Umarmung von Nirmidna zum Abschluss dieser Folge und dann im nächsten Part widmen wir uns den Tagesaufgaben, der Nirmidna geschlafen und gegessen hat. So, bis dann. Ne, Moment. Erstmal die Umarmung. Wollen sie ja alle sehen. Umarmen. Umarmen. Okay. Bis dann. Tschüss.